yo was geht ab willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar heute ein kleines update video ein aufklärungsvideo denn es hat ja die welle gemacht dass data love einen song hat mit gib mir deine hand das ganze ist nicht so das ganze ist fake also es ist nicht data love es ist eng sie auf youtube ich habe auch ein video gemacht wo ich das ganze ja kurz vorgestellt habe eine hörprobe aber es ist nicht data love wusste ich nicht das hat so die welle gemacht ja sein video habe ich auf jeden fall in einem kommentar dann angepinnt wie gesagt das war noch mal ein video sein wo das ganze klar gestellt wird ist eng sie auf youtube wir können uns das lied noch mal kurz ja geiles lied auf jeden fall da kann ich gut singen das ganze werde ich natürlich in der video beschreibung verlinken als kommentar sowieso anbinden wie gesagt noch mal das ganze ist fähig also es hat da eine falsche welle gemacht auf jeden fall leider gibt es dich auf spotify unterstützt das ganze dann einfach auf youtube kommentiert ja teilt sein song ist auf jeden fall ein geiles lied feiere ich ja wie gesagt ich wusste auch nicht dass es nicht data love ist wie gesagt teilt das ganze auf jeden fall dass es auf jeden fall jeder mitbekommt und ja wie gesagt dann bis zum nächsten video peace bis zum nächsten video